Jörg Rettkommel Jörg Rettkampf die Biest und die Welt und dabei ist er pitt oder zu so ich muss gerade gut gucken wie man fest als auf meiner Sicht ja ja ich hab noch Platz aber ich soll das Neuland hat weil wir die Werkzeuge mitnehmen aber ich sollte mal vor ein paar Folgen Ränder damit die Schütze der Eiche hoch Und so Leute, so tut man bosshaft umziehen, ja? Einfach Canvas Manless Bags, ja. Einfach Canvas Manless Bags, ja. Und die kann man eigentlich auch noch ineinander stacken und ach du Scheiße. Nee, geht nicht. Echt nicht? Oh. Kann man nicht. Ah nee, man kann diese komischen, es gibt noch so andere Rucksäcke, die man straffen kann. Und die kann man in die Canvas Bags reinpacken und das ist... Diese Miner Rucksäcke und so, ne? Richtig krass, ja. Und die Miner Rucksäcke kann man ja auch erweitern und so. Und man kann in die Miner Rucksäcke die Canvas Bags reinmachen. Ja, das ist übel. Das ist... unendlich. Näh, nicht ganz. Doch. Doch. In die Canvas Bags kannst du ja die Miner... In Miner wieder Canvas. Soweit ich weiß, geht es. Willst du mal testen? Ich hab früher immer die anderen benutzt, weil ich die cool fand, dass sie nur bestimmte Produkte aufnehmen und so. Ja, aber trotzdem, Kenis sind sie größer. Wenn ich mal überleg, so Kenis ist ja so Baumwolle und Neger und... Und du bist ein Rassist. Ich bin kein Rassist-Bahn. Nugatschnitten sind immer auch die geilsten, okay? Wer hat das Gras weggeraucht? Zerk Händler. Genau, Zerk Händler. Wir bleiben mal bei Zerk Händler. Warte, wer rammt dir den schwarzen Bauch? Wer rammt dir den Penis in den Bauch? Zerk Händler. Davon könnten wir mal ein Video auf PwC posten. Das sind ganz viele Schweine, die sterben sollen. Wollen wir uns neben dem Baum hier chillen? Ich bin auch der Meinung, dass wir den Baum stehen lassen sollten. Wollen wir uns neben dem chillen oder noch weiterlaufen? Bisschen mehr in die Mitte. Oder? Drück mal X. X. Ja, wir können noch weiter in die Mitte. Dann lassst du den Baum hier laufen, oder? Bei dem erst mal wieder... Oh, shit, da hinten ist noch das, was ich von vorhin gebaut habe. Nein, das war Dörferwohner. Egal. Mal weg. Neuanfänge, warte. Soll ich mal eine kleine Cobblestone-Runde ziehen? Nee. Oder erst mal hier... ...drecks Zeug wegmachen. Und gleich mal eine kleine Farm bauen. Ja, um die Farm kümmere ich nicht wieder. Bist du mein Ding. Alter, hab ich Wasser einmal dabei. Bestimmt in irgendeinem Canvas. Da ist ein Wasser einmal. Dödel einfach mal alles rein, sortieren tun wir dann. Und ich tue einfach mal dieses Dreckszeug hier mit Wasser wegmachen. Guck mal, die Öfen stricken die Zunge so aus. Lol. Lol. Wir sollten hier eine kleine Wand drum bauen. Nee. Ich muss den geilen Cobblestone-Turm von mir da hinten noch beseitigen. Das sieht mega unsexy aus. Ja, solltest du ernsthaft. Aber wir haben Karotten, das heißt, wir können Schweinchen züchten. Gute Idee. Ist da viel Lava. Ja gut, baust du mal irgendwo einen Zaun. Erstmal so professorisch. Achso, das sind keine Monster. Homster, Monster. Romster, Homster. Nee, für die Schweinchen. Aber auch für uns. Ich will auch in einem Zaun leben. Okay. Ich meine, wir können die dann noch brutal erweitern. Scheiße. Äh, ja, ich wollte eine Ho. Ist mir klar, dass du eine Huwe willst. Ja, sorry, man. Ich will deine Mutter jetzt tun, mal. Jetzt werden wieder Mütter gefickt. Und diesmal gewaltig. Ach, okay. Da ist ein Spalt und ich darf nicht reinfallen. Ah, ist doch kein Spalt. Man darf trotzdem nicht reinfallen. Jo, Pogal. Oh, das ist gut. Also ich soll mir jetzt mal Zaun bauen. Ja, für die Schweinchen. Wie lämert mein Inventar hier aus. Jetzt kommt es, sind wir doch nicht schlafen gegangen. Stimmt, du hast aber die Dummheit dabei. Dummheit tut weh. War es eigentlich Nacht, als wir losgezogen sind? Ja. Ja? Nein. Doch. Nein, ganz sicher nicht. Doch, es war noch Nacht. Was machst du da? Ich frage, ja. Achso. Alter, ich nehme dieses Sieg auf, Mann. Warum nimmst du das Wasser daraus und nicht aus einem Eimer? Los, wurs. Wieso haben sich die Project Tables nochmal gedreht, oder schiebe ich Filme? Ne, ne, der eine ist gedreht. Keine Ahnung, warum der falsch ist. Ich plante mal, äh, neun Bäume. Immer nach Gefühl. Und dann noch Rubberbäume, und zwar auch neun. Ihr könnt euch... Berger Musik kriegen. Ja, genau. So, jetzt wächst hier ein kleiner Wald heran. Was ist los? Ach, ne, ich erzähl's dir später, oder so. Oder ich kann's... Ne, weiß, ne. Erzähl's anonym. Ne, das ist nix von irgendeinem Zug, oder so. Deine Hure dürfte bald kaputt gehen. Aber ich weiß nicht, ob man sowas in YouTube-Videos sagt. Das solche Vorstellungen... Nein, nein. Ich hab 21 Diamanten erfolgreich mit rübergenommen. Weiß so. Ich bin für was fällt. YOLO. Hast du noch irgendwo dir's? Hä? Einstecken. Könnte sogar sein, dass du noch irgendwo dir's hast. Hast du da grad Essen rausgenommen? Wo? Nein, ich hab... Alter, ich muss doch mal... Irgendwann... Wieso hab ich nen leeren Canvas Bag? Ah, ich hab mal ausgeleert. Oh. Nein. Hä? Wieso ist der leer? User, join your channel. Da ist er wieder. Willkommen im Zugrück. Ja, nehmt immer noch auf. Ja. Ey, mein Download ist schon bei 4,3 GB. Und ich hab ihn um 14.58 Uhr begonnen. Ich weiß die Internet. Was für ne Downloadrate hast du? Maximal war bei mir 803 GB und jetzt hab ich so durchschnittlicher 500 GB pro Sekunde. Oh my god. Voll wenig. Komplett scheiße. Auch ewig. Ah, so hast du so circa ne schlechte 6K. What the fuck? Wieso? 3. Achso, ist ne 3K. Ja, ich glaub. Dann ist das eigentlich relativ gut für ne 3K, wenn du bei ne 3K bist. Das ist eigentlich nur mit 300. Na fuck, ich hab ein leeres Canvas-Bag. Ach, egal. Läuft, gell? So. War da irgendwas schlecht? Ja, aber ich lad auch gerade nur 286, 361 und schwankt halt ziemlich stark. Ja, das läuft dann halt nicht so, ne? Ich mach mal hier das. Machst du denn, du Aachenportal? Wolltest du nicht noch so ein Gegen für die Schweinchen machen? Doch, da bin ich dabei. Nein, jetzt sind wir ja woanders im Nether, oder? Hä? Jetzt sind wir aber woanders im Nether. Nein, nicht unbedingt. Hast du, hast du Aachen? Ich muss auch mal meine Canvas-Bags hier auslernen. Es wird alles später noch geordnet, die Kisten vielleicht. Nein, die werden auf jeden Fall geordnet. Und immer nebstes Lager. Klar muss. Stimmt, ewig ist Lager. Stimmt. Ah, hier ist die Diamant-Fick-Achse. Bin vor dir, Nether. Wow. Ich muss eh erstmal dieses Gehege bauen. Bin gespannt, ob das hier total ist. Oh, jetzt hängt erstmal der ganze Server. Bei uns ist ein Feuerwerk, das nervt. Ernsthaft? Ja. Okay, es ist dasselbe Spawn. Ja gut, ich hab den Steam geschrieben. Ja. Ja, ich komm nach jetzt Skype. Ja, Mann, mein Gott, Stress. Alter, Junge. Stress mich nicht, du Hure. Skype ist scheiße. Alter, hier ist ein Portal, ich bin grad in der Scheiß-Schlucht gespawnt vom Anfang. Oh, Danny, wir haben zu wenig Kisten. Ah, baue ich jetzt. Hab ich grad. Zum Beispiel habe ich sie aus irgendeiner Kiste genommen. Keh. Leute, ich bin hier bei irgendwelchen Mining-Gang von dir. Im Nether? Nein. In, wo ich gespawnt bin, bei so einem Ritz. Hä, beim Zurückfliegen? Ja, als ich zurückgegangen bin. Labber. Als irgendwo anders in so einer Schlucht ein Portal gespawnt. Soll ich dir die Koordinaten von mir sagen? Nein, 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 ich weiß, wo das ist. Schau mal hier mal jetzt einen Wegpunkt. Den nenne ich Bosshaft. Was grad nur zu unserer... Wer Bosshaft? Der Wegpunkt. Okay, falsche Richtung. Und in diese Richtung zurück mit Letters to Spam. Hat man das eigentlich? Ja. War noch? Nee. Aber in der Fraps-Aufnahme hört man seh. Ah, denk ich mir auch. Wie lang noch die Folge? Viel? Mhm. Ich glaub die Zeit vergessen. Nee, Scherz. Vier Minuten. Hat da jemand keinen Bock mehr? Nee, so. Ich nur das für YouTube zu rändern, dass ich da nix schneiden muss. Ja. Aber danach, eine würde ich sagen, geht noch. Lord, Alter, wo bin ich hier? Weg ne Meining-Gang von dir, Pitt. Das weiß ich. Das kann auch ein Meining-Gang von dir sein. Das ist ganz sicherlich einer von dir. Weil? Ich hab'n Baller gemacht. Weil ich da so sag. Weil ich die Turtles nicht so geplantet hab. Doch keine Fasseln geplantet hab. Nicht Turtles. Nicht Turtles. Und zwar haben die da zum Beispiel jetzt ne Spitzhacke angebaut. Und dann können die für dich meinen. Die heißen natürlich, aber das sind keine Schildkröte. Ja, das ist ne Roboter, das ist das kleine Dinger. Ich bin raus. Warte. Ich bin raus. Ich weiß. Alter, Max, was du bist oder war das Pitt? Das war Max. Das war ich jetzt. Ich dachte, es ist mir sowas von. Ui. Ja, Langeweile. Ich wusste, als sonst die GEMA angeschissen kommt. Ne, wenn du's nachsingst, nicht. Doch. Nein, eben nicht. Doch. German Let's Play hat irgendwas nachgesungen oder sowas und da gab's irgendwie Stress mal. Oh mein Gott, der. Oh mein Gott, ich hätte genau die. Ich hab' genauso viel Zäune gemacht, wie ich jetzt auch wirklich hingeplantet hab. Jetzt muss es nur noch, jetzt muss es nur noch Schweine reinkriegen. Ja klar, ich hab' Karotten, ich hol' grad schon welche, Digga. Ey, ich fahr' bald wahrscheinlich nach Holland. Heute. Sieh da, sieh da durch. Nein, irgendwelche Ferien. Nein, ich bin nur der Fahrer. Ah, du bist nur der Fahrer? Du bringst welche hier. Ja, aber trotzdem ist Holland geil. Ich bring' welche Heim, damit die von Bullen nicht gefistet werden. Und da ich ja dann eh clean bin, kann keiner was machen. Und ich krieg' alles bezahlt, läuft, oder? Läuft da halt. Nein, das bezahlt kriegst du. Dann würd' ich auch fahren, oder? Ich wollte auch so schon immer mal nach Holland. Warst du noch nicht in Holland? Oh, oh. Ich auch. Oh Mann. Ich war mal in Luxemburg. Ja, Holland ist vollständig, Mann. Ich war schon in richtig vielen Orten. Ich war schon in Griechenland, Türkei, Spanien. Du, dass du ein Zauntor da hast. Bankreich, keine Ahnung. Alles Mögliche. Komm mal auf der gegenüberliegenden Seite von mir mal Zauntor hin. Hüt. Nicht zu nah zu mir hinlaufen. Weiß. Bau da beim Portal dann ne Zauntor hin. Nein, ich mach' hier. Halte sie noch, ich kann auch keine Zauntor bauen. Scheiße, Mann, ich muss nen Baum abbauen. One minute left, bitch. Nein, wo ist meine Axt hin, verdammte Axt. Wir dödeln mal wieder die dicksten Dinger raus, Mann. Ja. Ja, aber in... Äh, in Holland ist echt schilisch. Brauch ich, vor allem in Coffee Shop. Ja. Vor allem wenn man da ne Yacht hat, ne? Und meine PC. Ne? Als ob du das hast. Und wie viel Wett ihr? Sagen wir's so, wenn ich recht hab, in Millionen krieg ich von dir, und wenn du recht hast, kriegst du von mir nichts. Ne, wir könnten schlafen gehen. Die Wette finde ich auf jeden Fall fair. Wir könnten schlafen gehen. Ja, wer ne Yacht hat, muss auch das Geld haben. Nachdem wir Fackeln geplantet haben. Hier sind random welche. Und doch eigentlich Schatzviecher. Lass dir einfach so glitschen. Die Hunde aus Minecraft voll süß. Die Wölfe. Oder wie, was auch immer. Ah, Wölfe, Hunde. Ja, ich weiß nicht genug. Ja, das Mittelding da halt. Du, 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 du. Nein. Egal, eins kann mehr. Ja, erst mal Wasser planten. Nein, lass es, lass es. Wolltes jetzt trinken. Ja, wir gehen Penn und danach und, ah, so. Ich will das linke Bett. Gute Nacht, liebe Zuschauer. Tschüss. Hast du gestorben, die Aufnahme? Nein, noch nicht. Nicht? Tschüss, bis zum nächsten Mal.